Wenn es um das Thema Sicherheit an Flughäfen, Bahnhöfen oder auch am Bundestag geht, dann ist dort auch immer die Bundespolizei zu finden. Doch wie unterschiedlich ihre Aufgaben tatsächlich sein können und wie man überhaupt zur Bundespolizei kommt, das klären wir jetzt in diesem Talk. Ich begrüße Lisa Brilowski, sie ist Polizeioberkommissarin und Martin Bösch, er ist Polizeihauptmeister. Beide sind Einstellungsberater von der Bundespolizei. Ganz herzlich willkommen. Mit dabei ist auch wieder Herr Gabatsch, Berufsberater von der Agentur für Arbeit aus Hildesheim. Schön, dass Sie da sind heute. Frau Brilowski, vielleicht kurz vorab, was unterscheidet denn die Bundespolizei eigentlich von der klassischen Landespolizei? Wie lässt sich das abgrenzen? Ja, tatsächlich eigentlich in der Tätigkeit, wo wir tätig sind. Das versuche ich auch immer auf den Messen den Schülern zu sagen. Wir sind genauso Polizisten, wir haben einfach andere Bereiche, wo wir tätig sind. Also uns findet man, wie eingangs erklärt, schon an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, natürlich auch bei Fußballinsätzen, Demonstrationen oder im Objektschutz. Und dazu, zu diesen Hauptaufgaben, haben wir dann noch ganz, ganz viele zusätzliche Aufgaben, wie zum Beispiel die GSG 9, die Spezialeinheiten, die wir haben. Oder Piloten, die wir auch unterwegs haben, die wir ausbilden. Oder die See, die Bepolsee, also die Schiffe, die unterwegs sind auf Nordostsee und dem Mittelmeer. Und auch so noch ganz, ganz viele Spezialisierungen, die man bei uns machen kann. Herr Börsch, da können Sie sicherlich auch noch einiges zu sagen. Wie sieht es denn genau aus? Was für Aufgaben haben denn Bundespolizisten und Bundespolizistinnen bei Ihnen auch in der Ausbildung? Ja, genau. Also man kann das ja schon mal an dem Namen festmachen, die Bundespolizei. Wir haben also verschiedenste Zuständigkeiten und Standorte in der gesamten Bundesrepublik. Aufgezählt haben wir dann fünf Hauptaufgaben, die wurden jetzt schon genannt. Und dann nochmal sechs spezielle Fähigkeiten, die erlangt werden, die durch ERVs getestet werden. Und in die man dann nach der Ausbildung später einfließen kann. Wie verhält sich das denn, wenn man sich für die Bundespolizei interessiert? Es gibt ja verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel mittleren Dienst oder höheren Dienst. Was sind da die Unterschiede? Ja, im Bereich des mittleren Dienstes den Schulabschluss mit Hauptschule und Berufsausbildung mit zweijähriger Berufserfahrung. Und im Bereich des gehobenen Dienstes Abitur oder Fachabitur. Was kann man denn damit genau dann machen bei der Bundespolizei? Genau, ich übernehme mal kurz. Man wird Polizist. Also es ist bei uns tatsächlich einfach nur der Unterschied, ob ich im mittleren Dienst oder im gehobenen Dienst anfange. Am Ende, was für eine Aufgabe habe ich später? Was für Verantwortung übernehme ich? Also bei uns ist der gehobene Dienst mit dem Studium dann auch Führungskraft am Ende. Also wird dann am Bahnhof auch die Gruppe führen, die dort dann ihren Dienst verrichtet. Da ist eigentlich nur der Unterschied. Aber man wird, ob in der zweieinhalbjährigen Ausbildung oder in dem dreijährigen Studium, dualen Studium, wird man in erster Linie Polizist. Herr Gabatsch, haben Sie irgendwelche Ergänzungen dazu? Was würden Sie denn sagen, welche Fähigkeiten sollten denn Schülerinnen und Schüler mitbringen? Muss man denn zum Beispiel besonders sportlich sein? Also man sollte schon eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringen. Das wird ja auch im Rahmen des Einstellungsverfahrens bei Ihnen getestet. Also das ist schon wichtig. Dann denke ich auch die ganzen persönlichen Faktoren, die sogenannten Soft Skills sind wichtig. Gerade Sie haben es ja oft auch mit unangenehmen Situationen zu tun. Da muss man ruhig Blut bewahren. Man muss cool bleiben. Man muss, ich glaube, deeskalieren heißt das in der Fachsprache. Also das lernt man dann, wie man mit Konflikten umgeht. Da darf man also nicht zu schüchtern sein. Man muss eine klare Linie haben. Aber man darf auch nicht aggressiv werden. Und das sind so viele persönliche Dinge, die da, glaube ich, erwartet werden. Neben den gesundheitlichen und anderen Dingen, dass man sich mit juristischen Texten auch auseinandersetzt. Aber das, glaube ich, ist ganz wichtig, das Persönliche. Und das, glaube ich, wird ja auch bei Ihnen dann gecheckt im Auswahlverfahren. Frau Wolowski, können Sie dazu noch was sagen? Gibt es noch andere Sachen, auf die Bewerberinnen und Bewerber achten müssen? Genau. Also wir haben zusätzlich zu den Schulabschlüssen, die wir genannt hatten, ist es ganz wichtig, egal ob für mittleren oder gehobenen Dienst, dass man in englisch und deutsch mindestens die Note 4 mitbringt, in Sport mindestens die Note 3. Das ist so eine Mindestvoraussetzung. Und dann, wie eben schon gesagt wurde, testen wir natürlich die körperliche und mentale Fitness nochmal in einem ausgiebigen Auswahlverfahren, wo wir wirklich gucken, ob derjenige polizeidienstauglich ist, weil hier natürlich ganz, ganz viele Faktoren gegeben sein müssen. Zusätzlich muss man als Bundespolizist EU-Staatsangehörigkeit oder eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, weil wir auch über die Grenzen hinaus natürlich tätig werden und hier sonst andere Pässe eventuell nicht anerkannt werden. Man sollte ein Demokratieverständnis mitbringen, man sollte ein Schwimmabzeichen in Bronze mitbringen. Auch da sage ich immer, es sieht ganz doof aus, wenn ich in Uniform an einem See stehe und da droht jemand zu ertrinken und ich sage, ja, wir müssen warten, bis die Rettungskräfte kommen. Also nein, ich bin dann Ersthelfer und muss dann auch schwimmen können und auch jemanden eventuell aus dem Wasser ziehen können. Das heißt, es sind erstmal ja ganz viele Herausforderungen, die Sie schon mal sozusagen voraussetzen. Herr Wörsch, wie unterstützen Sie denn die Auszubildenden auch konkret in der Ausbildung? Also ganz konkret, was jetzt auch gerade genannt wurde, ist ja dieses Vorbereiten auf Situationen. Das wird natürlich auch in der Ausbildung durch Rollenspiele gemacht, dass eben Kollegen in die Rolle des Störers schlüpfen sozusagen, um da genaue Vorgehensweisen zu üben und zu proben. Herr Gabertsch, wir haben jetzt gerade schon über die wichtigsten Voraussetzungen gesprochen. Gibt es denn auch vielleicht Schülerinnen und Schülern, denen Sie eher nicht die Ausbildung empfehlen würden? Also vielleicht Kandidaten, wo Sie sagen, vielleicht sollte man sich da nochmal anderweitig umschauen. Ja, gut, ein Punkt ist sicherlich, wenn man sagt, ich bin hier sehr heimatverbunden, ich habe hier mein Netzwerk, meinen Sportverein, meine Familie, ich will hier nicht weg, dann ist das schwierig, haben wir schon gehört. Man muss also bundesweit versetzungsbereit sein. Ja, und dann komme ich nochmal auf das Thema Persönlichkeit zu sprechen. Also ich muss da vielleicht auch mal in der Lage sein, Frust runterzuschlucken und den dann vielleicht abends beim Sport mal rauszulassen. Das ist wichtig. Und wenn man sagt, das kann ich nicht, das fällt mir schwer, oder es fällt mir schwer, auch meine Emotionen selbst im Zaum zu halten, wenn ich angegriffen werde, verbal oder auch körperlich, dann ist man hier falsch, glaube ich. Ich würde ganz gerne nochmal auf unsere Schülerfragen zu sprechen kommen, die uns aus dem Gymnasium Himmelstür erreicht haben. Julina möchte nämlich gerne wissen, wie sich der Wunsch nach Freizeit und nach Freizeit mit den Arbeitszeiten vereinbaren lässt und wie das eigentlich mit dem Schichtbetrieb ist. Ich stelle mir das so vor, dass auch bei der Bundespolizei sicherlich auch mal am Wochenende gearbeitet wird, denn auch da ist ja die Bundespolizei gefragt. Genau, also wir haben 24 Stunden, sind wir natürlich an den Dienststellen vertreten. Das heißt, man hat ein Schichtsystem, meistens im Dreischichtsystem, das heißt früh, spät, nacht. Das kommt aber auf jede Dienststelle drauf an, wie die das dann machen, ob die acht Stunden fahren oder ob vielleicht am Wochenende sich dann nur zwei Dienstgruppen die kompletten Schichten aufteilen. Das haben wir zum Beispiel am Bahnhof in Hannover. Da haben wir dann zwölf Stunden die eine Dienstgruppe, zwölf Stunden die andere Dienstgruppe. Das gibt natürlich wieder den Vorteil, dass man dann nämlich auch ein Wochenende mehr frei hat in den Fünf-Wochen-Rhythmus. Das ist natürlich dann wieder ein Vorteil. Und natürlich zwischen den Schichten wird immer geguckt, dass wir genug Freizeit haben dazwischen. Aber natürlich habe ich hier dann auch mal in der Woche einen Tag frei und muss vielleicht das Wochenende dafür dann halt zwei Tage arbeiten. Das gehört mit Sicherheit auch einfach dazu, zu der Ausbildung und zu dem Beruf. Eine wichtige Schlussfrage, wann sollte man sich dann am besten bewerben, wenn man zur Bundespolizei möchte? Genau, bei uns kann man sich das ganze Jahr bewerben. Wir stellen den mittleren Dienst zweimal im Jahr ein, immer zum 1.3. und 1.9. und den gehobenen Dienst immer zum 1.9. Wenn man zum 1.9. anfangen möchte, dann bitte bis zum 31.12. bei uns online registrieren. Das ist so unsere Deadline. Ja, dann vielen herzlichen Dank schon mal in die Runde für die ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Und für euch zu Hause, schaut doch wirklich gerne noch mal auf unserer Website vorbei. Da haben wir euch auch noch mal die offenen Stellen in der Bundespolizei verlinkt. Bis zum nächsten Mal.